Hey Leute, Nick und Tissi von BIG hier. Heute spielen wir einen Lead Desk 101. Es gibt verschiedene Disziplinen. Im ersten Spiel starten wir bei 65 cm und gehen nach jedem Kill 5 cm hoch. Der erste, der 128 cm erreicht, gewinnt das Spiel. Nein. So, erster Kill. Es geht auf 70. Ja, direkt weiterkommen. So, Mann. Der Gehör spielst du normal? Ich spiele normal 75 cm tatsächlich, wie ich es auch gerade habe. Mein Stuhl ist ein bisschen normalerweise. So, 80 cm. Oh, komm. Okay, ready? Du denkst mir die ganze Zeit da. Das ist unfair Waffe. Das Spiel sein ist er. 85. No. Okay, go. So, ich guck mal, wie lange ich noch sitzen kann. Ich bin jetzt bei 90. Ja. Es geht los, ja? Ja, komm. Da sitzt du. Da sitzt du. Okay, das ist die letzte Stufe, wo ich sitzen kann. Auf jeden Fall 95. Ich stelle mich mal hin. Ja. Jetzt 100, ja? Ja, 100. Mann. Wie ist das Wetter da unten so? Bisschen kalt hier, wie ich sagen. Boah, shit. Das ist schon... Ja, das triggert mich richtig, wenn du machst so 90 Punkte. 90. 90. 0. Tiki. Du musst immer perfekt die Null hitten. Hey, ich sitze. Das geht nicht. Okay, warte mal. Werdig? Ganz kurz. Nee, komm. Erste Hälfte vorbei. Ich bin auf 110. Was? 115. 120. Nee, komm. Komm mal hoch zu mir. Nein, komm jetzt. 0. Wie habe ich dich gedinkt? Rund 125. Ich glaube, das ist die letzte Stufe. Stark. Gedingt. 0. Ist das das? Okay, ich habe gewonnen. So wie es aussieht. Niklas, wo bist du so? Ich bin auf 100. 100. Ich bin auf 128. Ich fange auf 65 Zentimeter an und fahre hoch. Wenn ich einen Kill mache und er fängt auf 128 an und fährt runter. Wer als Erster auf der Höhe des anderen ist, hat gewonnen. Du musst jetzt runter, ja? Jetzt runter, ja. Ja, genau. Ah, okay. Ich habe auf einen Restark gewartet. Nee. Zack. 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 Oh, nicht das ich komme. so machst du das wie hoch bist du gerade 15 glaube ich okay ich bin 85 sehr gut da gibt es die one shots jetzt 85 scheint gute zu sein 90 aber auch so 105 gleich habe ich dich nicht dass das wirst du gerutscht sagt nicht so gut das frame stehen ja und da 10 ich habe keine chance es ist aber auch der monitor vielleicht bei mir es gibt es auch vielleicht einfach der monitor es geht richtig rein das geht nicht ich habe noch acht centimeter vor mir wo bist du jetzt 90 90 85 das fühlt sich gut hier hast du verloren ich glaube nicht 80 jetzt ja ich kann aber drei zentimeter zum schluss ich bin wieder jetzt haben wir die letzte disziplin wir standen ganz unten auf 65 cm und nach jedem kind macht man fünf zentimeter hoch und wer mag oder kommt und 28 hat gewonnen nein du gewinnst ja ich habe neues meter auf den knien Sehst du? Ja komm! Ja komm! Ja komm! Ja komm! Wie viel passiert? Nee, nicht so. So, jetzt bist du fertig. Jetzt bin ich schon auf meiner Höhe. Ich werde mir jetzt einfach die ganze Zeit knien, einfach nur um es dir zu zeigen. Okay, ein Statement machen. Ja. Ja. Nice. 85? Ja komm! Wo bist du? 85? Ja. Oh komm! Vielleicht besser. Nee. Boah. Hey, ich sehe aber gar nicht in den Manuten. Ja, ja, ja. Die Ausreden. Ja. Ich glaube die Kamera sieht mich gar nicht mehr. Nee, auch nicht. So ist die letzte Stufe, wo ich jetzt im Knien spiele auf jeden Fall. Hast du 100 jetzt? Ja. Was? Du kämpfst einfach. Ich? Ja. Nee, kein. Ach so. Sehr schlecht. Ich schau mit dir jetzt hier. Zack. 110. Du bist bei? 90 glaube ich. So gelackt. Schön die Teammates flamen. Ja. Ist wichtig. Nee. Kein Flamen. Das war gelackt. Wir denken einfach. Ja. So. 120. 125. Ich hab noch 3 cm mit. Das ist nicht gelackt oder was? Komm. GG. GG. Ich bin wieder hier unten. Ah. Stuck.